Hallo, wie schön, dass du wieder dabei bist und Lust auf eine meiner Reisegeschichten hast. Bist du bereit für eine Reise ins Paradies? In dieser Folge stelle ich dir mein absolutes Lieblingsresort vor, Amor Arenal in La Fortuna, Costa Rica. Dieses Adults Only Resort ist ein absoluter Traum. Versteckt im tropischen Regenwald und nachhaltig gebaut, bietet es die perfekte Möglichkeit, vom Alltag abzuschalten und zu entspannen. Aber nicht nur das, auch für Abenteuerlustige gibt es hier eine Menge zu entdecken. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zu- und Weghören. Traumreisegeschichten zum Weghören Season 7 Amor Arenal Rainforest Lodge Costa Ricas verstecktes Paradies auf Erden Text Anja Horn Gelesen von Anja Horn Lies die Geschichte auch unter www.hiddenluxurytravel.de Wenn man im Paradies auf Erden landen will, muss es wohl das Amor Arenal sein. Versteckt im dichtgrünen tropischen Regenwald Costa Ricas, bietet das Rainforest Resort geradezu himmlische Möglichkeiten, den Alltag hinter sich zu lassen. Ihr modernes Robinson Crusoe Feeling? Eine Casita mit eigenem Quellwasserpool und luftiger Regendusche. Panoramablick auf den Vulkan Arenal inklusive. Inmitten des satten tropischen Grüns hast du zweifelsohne das Gefühl, als wärst du ganz allein auf der Welt. Ich erzähle dir im Podcast, warum das Amor Arenal Resort ein Ort zum Verlieben ist. Mit jeder Pore la pura vida Den Himmel auf Erden, den möchte wohl jeder gern finden. Wenn auch du auf der Suche nach einem solchen Ort bist und du dich in die wohligen Arme der Natur kuscheln möchtest, dann ist das Amor Arenal die richtige Wahl für dich. Das intime Resort mit nur 31 Villen und zwei Poolbereichen liegt etwa einen bergigen Kilometer tief versteckt im tropischen Regenwald und schmiegt sich elegant chameleon-like in die Natur ein. Auch der Eingang deiner privaten Casita tarnt sich diskret zwischen dichten Blättern. Beim Betreten wirst du von einer luftigen Atmosphäre und warmen Farben überrascht. Das Badezimmer ist besonders beeindruckend, denn du blickst vom riesigen Duschbereich durch die Panoramascheibe nahtlos auf den anmutigen Vulkan Arenal. Im beheizten Whirlpool deiner nicht einsehbaren Terrasse blubbert der Stress sozusagen von ganz allein gen Himmel. Als wäre das nicht schon idyllisch genug, bringen dir Zikaden täglich ein Ständchen. Einfach unbeschreiblich schön. Ein angenehmer Aufenthalt im Hotel bedeutet mehr als nur ein sauberes Zimmer und eine gute Lage vorzufinden. Dem Reisenden Herzlichkeit und Wertschätzung entgegenbringen. Das sind Attribute, die man von einem guten Gastgeber erwarten kann. Genau das ist auch das Motto der Rainforest Lodge. Hier wird jeder Gast sofort mit offenen Armen in La Familia Amor Arenal aufgenommen. Im Amor Arenal wird übrigens auch viel gelächelt. Denn ein Lächeln versteht jeder, auch ohne Spanischkenntnisse. Dabei sind es die kleinen Dinge im Urlaubsresort, die den Unterschied machen. Damit du dich heimelig fühlst, wurde selbst an kleine Feinheiten gedacht. Ob es die Yogamatte samt Kettlebell Sortiment im Schrank ist, eine exquisite Bestückung der Minibar oder die handgemachte Seife im Badezimmer. Du spürst in jedem Winkel die Liebe zum Detail. Kurzum, im Amor Arenal wird die Kunst der Gastfreundschaft gelebt. Hier werden die Gäste nicht einfach nur beherbergt, sondern umsorgt und verwöhnt. Wer hier einmal war, weiß, die Rainforest Lodge ist mehr als nur ein Hotel. Es ist ein Zuhause fernab von der Heimat. Aktiv genießen, umhüllt von Mutter Natur Egal, ob du ein Wanderprofi oder Anfänger bist, der Regenwald rund um die Lodge hat für jeden etwas zu bieten. Mit einem privaten Guide erkundest du die Flora und Fauna des Dschungels auf individuellen Pfaden. Der Nanziton Trail ist mit einer Länge von etwa 2,1 Kilometern perfekt für eine gemütliche Naturwanderung geeignet. Wer es etwas anspruchsvoller mag, wählt den Serenity Trail mit ungefähr 2,9 Kilometern. Nach einer ereignisreichen Exkursion hast du dir eine Belohnung verdient. Im luftigen Rainforest Spa entspannst du bei einer Massage mit beflügelndem Ausblick auf den Wald. Begleitet von beruhigenden Urklängen des Regenwaldes. Und das Essen? Alles bio und einfach köstlich. Vom à la carte Frühstück bis hin zu kostarikanischen Spezialitätenmenü. Die Delikatessen werden ganz nach deinem Geschmack sein. Mit mucho amor und stets begleitet von einem grandiosen Blick auf den Vulkan. Am liebsten nie mehr auschecken. Wer einmal im Hideaway am Fuß des Vulkans Arenal eingecheckt hat, möchte eigentlich nie mehr abreisen. Jeder Tag ist hierüber voll von der natürlichen Schönheit des Dschungels. Diese Fülle an Natur und Energie lässt das Gefühl von innerer Leere einfach verschwinden. Denn morgens aufwachen mit den zirbenden Geräuschen des Regenwaldes heilt so manche gestresste Seele. Für jeden, der sich in diese magische Welt verliebt, beinhaltet ein Aufenthalt in der Amor Arenal Rainforest Lodge so viel mehr als nur eine normale Urlaubszeit. Es ist exakt die richtige Mischung aus Erholung, Abenteuer und unbeschwerter Lebensfreude. Amor Arenal ist die Antwort auf das pure Leben. Lass auch du dich von der Magie des Regenwald-Resorts verzaubern. Wenn du neugierig geworden bist, melde dich gern bei mir. Ich teile meine Erfahrungen gern mit dir und bin bei der Planung und Buchung deiner Costa Rica Reise behilflich.